malzeit freunde willkommen zurück bei saison street mirage und ihr seht schon neben mir hier steht so ein kollege rum ich habe gerade den synchro punkt da oben gemacht und hier meine kleine geschichte aus bagdad und ich weiße bassin und bin hier hochgeklettert ohne nachzudenken kannst du mir helfen runter zu kommen als ich so alt war wie du habe ich meine freunde auch mit dummheiten beeindruckt ich habe es nicht für sie gemacht sondern für die verborgenen die verborgenen nicht alle glauben an sie aber ich schon sie sind die wahren beschützer des volkes sie haben meine mutter gerecht nicht der kalif oder seine männer die verborgenen waren es verstehe und du dachtest mit klettern erregst du ihre aufmerksamkeit es heißt sie können aus großen höhen springen ohne sich weh zu tun aber so etwas kann ich nur machen wenn es mir jemand vormacht meinst du du könntest es wenn ich es dir zeige bevor ich jetzt runter springe ich sehe das schon vollkommen nach hinten losgehen zeige euch noch kurz wo ich mich befinde und zwar hier zack im westen von bagdad kurz mal reingezoomt hier beim synchro punkt und ja hier könnte er hat die geschichte machen und abwärts siehst du ich bin unverletzt jetzt du ich kann nicht und ab du kannst das geht nicht so viel nach du musst nur an dich glauben es hat geklappt ist zwar sogar ein todesprung gut ein moment bist du verletzt google nein nichts gebrochen du lernst wirklich schnell sag ich doch ich kann alles wenn es mir nur jemand vormacht das ist ein wertvolles talent besorgt dir einen guten lehrer edo wieder so etwas gefährliches machst du könntest mich lehren ich bin kein lehrer habe ich habe selbst noch viel zu lernen doch du bist ein guter lehrer du machst sachen vor du bist du kommt zu mir wenn deine stimme anfängt zu brechen dann reden wir sprung der gläubigen das möchte ich komme aber freunde in diesem sinne macht's gut bis zum nächsten mal